Ihnen wird Trockenheit im Verkehr vorgeworfen, ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Sie können doch nicht einfach stehen bleiben. Sie haben doch gesehen, dass ich komme. Wir setzen Sie als sportlichen Betreuer ein für Menschen mit intellektueller Einschränkung. Was für Menschen? Menschen mit Behinderung. Ich bin Andreas Elguth. Ich trainiere euch die nächsten drei Monate. Fangen wir mit etwas ganz Einfachem an. Es ist einfach unmöglich, aus diesem Gestalten ein Team zu machen. Ich kann die Typen nur improvisieren. Es ist vielleicht schwer, aber nicht unmöglich. Heute brauche ich euch alle. Heute sind wir die Großen. Heute sind wir die Champions. Wir sind die Champions.